Hallo und Willkommen zu eurer neuen Folge GTA 5 So, steigen wir erstmal ein und machen natürlich das... Nein, das machen wir nicht, ich mach das Radio aus Und gucken, was wir so alles zu tun haben Was ruckelt dazu so? Habe ich da irgendwie Kantenglättung außerdem wieder angemacht oder so? Und wie läuft das nicht so... Schön, ähm, da ist natürlich alles aus, das ist natürlich ganz niedrig Und Kantenglättung ist aus FXAA kann ich es an Kann auch anbleiben So, ähm, ja Was soll ich machen? Da ist ein Fragezeichen, aber für Trevor glaube ich verbot Äh... Grün war Franklin Äh, anscheinend kann ich mit Michael heute nichts mehr machen Dann wechsle ich mal Komm, mit dem war Franklin Habe ein Flugzeug Leider wird GTA von mir kaum gekluckt Was macht der Franklin hier? Der Franklin hat ein fettes Upgrade Läuft bei denen! Ah, so ne Wohnung hätt ich auch schon gerne Nur die Glaswände stören Kann ich hier durch? Nein Kann ich hier durch? Ah, lass mich doch hier raus! Komm, echt ne schicke Wohnung, ne? Gut, wo ist der Ausgang? Und da ist ein Ausgang Und da? Yippie, Pool! Oh! Gut, ähm Was machen wir mal? Warte, hier haben wir was Ja, wie? Das ist aber Attentat Attentat hörte ich gut an Attentat hörte ich immer gut an Ich brauch ein Auto Ich will nicht mit meinem Auto fahren Oh, da steht ein Auto Natürlich So eine Luxusgegend Da steht ja so ein Schrottauto Naja Radio, geh aus Mach's nicht Ey! Arschloch! Lass mal so einen Luxuswagen kaputt gemacht Mit deiner Schrottkarre da hinten Warte, ich glaub Ja Das ist irgendwie so eine Driftkarre Ach, scheiße Muss ich konzentrieren Oh, da könnte ich auch etwas machen können Ah, zu spät ist schon weg Oh mein Gott! Der fährt wie besoffen Irgendwie sowas voll typisch im Zahn Aber was ich von ihnen sagen wollte Ich weiß wie gesagt habe GTA Irgendwie leider nicht so viele Leute Black Mesa auch nicht Meisten gucken RoboCraft Und RoboCraft finde ich so Meh Nehme ich jetzt nicht soo gern auf Letzter Zeit Mal schauen Boah, die Textur ist komplett verwaschen Ich brauche eine neue Grafikkarte Hey! Du wirst weg mit das Ever heard of Jackson Skinner? Er ist Head of Product Development at Fassade Man, wir müssen verschiedene Magazinen Und der Bastard machte eine fortune Selling customer data zu den höchsten Bitteren von Moskau zu Tehran Er handelt es zu den Cyber-Terristen auf eine fucking Silver Platt Okay, dog Chill, shit, chill I got you, man What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls There's a regular he likes to pick up in La Puerta You stake her out and she should lead you to Skinner I'll send you the location Meanwhile Maybe I'll take another look at the fruit share price Alright, homie I'll be in touch Okay The best part about clucking bell is throwing it up after No, come I'll take an auto Where is the son at? No, of course not No, of course not Good, good, good We have to be careful Super Krasse Motorradfahrer Sorry an alle Motorradfahrer Oh Das war alles geplant Alles geplant Alles geplant Okay Hi there, beautiful Wanna party with me? Not today, honey I'm waiting for someone Okay Und so, die steigt in den Wagen von der Zielperson Und dann soll ich den Fahrrad töten Okay Okay What about us? Hey baby We're gonna get it for ten bucks You can get the bus home and jerk off thinking about me Get the fuck out of here Ich glaub der ist es Hey baby You miss me? Wieso machen wir das heutzutage? Wieso machen wir das heutzutage? Wieso machen wir das heutzutage? Ah, excellent news Ah, excellent news I'll speak to you soon Oh, sogar gold Weichern Warum ist das Radio angegangen? Und war schämt Gut Gut Dann gehen wir hier Richtung D Obwohl, ich weiß nicht Die Folge war jetzt nicht so spannend, aber Ich glaub die nachfolgende Mission ist bisschen besser, aber dauert bestimmt bedeutend länger Ja Gefühlt Äh Ja, ich glaub schon Würde ich sagen, mach ich mal hier so nen Cut Beende ich die Folge Und könnt ihr natürlich immer in den Kommentaren schreiben, was ich so generell machen soll in GTA Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal Ciao Ciao